Hallo Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe der Games Einkäufe, diesmal von meinen Einkäufen Mitte August 2024 bis Ende Oktober 2024 und wir fangen mal wieder mit den Switch Spielen an und zuerst hätten wir da Emio der lächelnde Mann Famicom Detective Club. Ist der dritte bzw. vierte Serienteil der Reihe, wenn man jetzt den Satellaview Ausflug aus den 90ern dann noch mitnimmt, ist ein Visual Novel Adventure würde ich sagen, also mehr Visual Novel denn Adventure, aber trotzdem ist das so eine Art Detektivgeschichte, man muss einen Fall aufklären um eben diesen titelgebenden lächelnden Mann. Hat eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde, ist allerdings nicht so gut wie der erste Teil der Reihe, den es ja auch als Remake für die Switch gibt bzw. zusammen mit dem zweiten Teil. Leider nicht physisch, hätte ich gerne auch physisch in der Sammlung, zumindest gibt es eine physische Version in Japan, die hat aber dann keine englischen Texte, nur das Spiel kam dann weltweit auch hierzulande raus und sogar mit einer deutschen Übersetzung, die ziemlich gut gelungen ist. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Spiel, kommt meiner Meinung nach nicht an den ersten Teil ran, das kam auch der zweite Teil nicht, aber trotzdem, wer das Genre mag, der wird mit dieser Art von Spiel sicherlich zurechtkommen. Und wenn ihr jetzt auch einfach mal hier auf der Packung euch die Bildschirmausschnitte anzeigt oder die Screenshots, dann seht ihr, das Spiel hat einen wunderbaren Look, der wirklich sehr schön gestaltet ist. Ja, fände ich auf jeden Fall ein Spiel, das man sich mal angucken kann, wenn man das Genre mag. Ja, dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Nintendo-Spiel und zwar The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Ich habe dieses Spiel ähnlich wie Emu, der lächelnde Mann, durchgespielt und ich muss sagen, mir gefällt dieses Spiel deutlich besser als zum Beispiel Breath of the Wild und vor allem besser als Tears of the Kingdom, denn Tears of the Kingdom fand ich persönlich leider gar nicht so gut. Es hat mich viel zu viel mit diesem ganzen Basteln abgehalten, dass ich nach zehn Stunden gesagt habe, komm, ich tue mir das nicht mehr an. Das Spiel gefällt mir wieder mehr, weil es sich eher wie so ein klassisches Zelda anfühlt, obwohl es natürlich neue, sag ich mal, neue Elemente, die jetzt in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, wie das freie Welterkunden dann eingeführt hat. Und mal ganz ehrlich, man hat sich hier auf der Spielwelt von The Link to the Past konzentriert und ja, das muss man dann auch sagen, ist wieder mal ein guter Punkt. Und was auch noch ganz wichtig ist, wir können sehen, es gibt Herzteile. Also was könnte es Besseres geben, als Herzteile in The Legend of Zelda zu suchen. Ja, dann machen wir mal weiter mit einem Spiel, was ich mir eigentlich schon vor fast einem Jahr bestellt hatte und zwar A Space for the Unbound in einer physischen Version. Ich glaube, mittlerweile gibt es diese physische Version auch in Deutschland zu kaufen. Damals war das eben noch nicht der Fall. Da habe ich dann entsprechend mir die amerikanische Version, müsste das sein, genau vorbestellt bei PlayAsia zusammen mit ein paar anderen Spielen, die ebenfalls hier vorgestellt werden. Deswegen hat es so lange gedauert, bis ich die bekommen habe. Aber auf jeden Fall ist das auch wieder so ein pixellastiges Adventure, was mir ziemlich gut gefallen hat. Mittlerweile gibt es auch eine deutsche Sprachausgabe, äh, nicht Sprachausgabe, ähm, es gibt deutsche Bildschirmtexte, die sollten auch in der amerikanischen Version enthalten sein. Zumindest hat PlayAsia damit geworben. Aber notfalls hat man es dann eben hier auf Englisch, lässt sich ebenfalls spielen. Und wenn ihr hier jetzt auch mal auf der Packung sehen könnt, das hat einen wunderbaren Pixel-Look, ist glaube ich ein Spiel, das dann in Indonesien spielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, hier steht es ja auch Rural Indonesia, ähm, da haben wir es. Ähm, ich bin mir jetzt aber gerade gar nicht sicher, ob es sich hier dabei dann um ein japanisches Spiel handelt, ein indonesisches Spiel, oder dann irgend noch eine, ähm, ähm, oder eine andere Herkunft hat. Aber wie man dann auch hier sehr gut erkennen kann, ähm, es hat deutsche Texte, wenn euch das wichtig ist. Ja, aber trotzdem auf jeden Fall ebenfalls wieder ein schönes Spiel, das man sich ruhig mal angucken kann. Und wir bleiben bei Adventures, denn ich habe mir ein Spiel vorgestellt, und zwar, ähm, bei Limited Run, ist also wieder eine limitierte Veröffentlichung. Hier haben wir Pentiment, ein Spiel von den Xbox Game Studios, das dann eben nicht auf der Xbox und der PC geblieben ist, und entsprechend jetzt auch für andere Plattformen, wie die Switch umgesetzt worden ist, in physischer Version. Dazu muss man halt sagen, es gibt natürlich schon seit längerem eine digitale Version dieses Spiels, aber ich habe gesagt, das ist ein Spiel, das möchte ich sehr, sehr gerne in einer physischen Version haben. Und ihr seht, hier haben wir wieder englische Bildschirmtexte, allerdings sollte das Spiel auch deutsche Texte beinhalten. Ja, und wie ihr ja erkennen könnt, das sind dann diese Typen, ähm, vom Stil her so ein bisschen Buchdruck, ich glaube so 16. Jahrhundert, aber schlagt mich bitte tot, wenn das jetzt, äh, äh, bitte schlagt mich nicht tot, wenn das falsch sein sollte. Aber auf jeden Fall, finde ich, ist das ein sehr schön gestaltetes Spiel, das ich unbedingt in meiner Sammlung brauchte, und das werde ich demnächst auch mal spielen, denn ich habe schon oft gehört, es gibt einfach im spielerischen Bereich nichts Vergleichbares wie Pentiment. Man muss hier so einen Mordfall aufklären in, äh, diesem Stil, und man hat auch nur begrenzt Zeit, was ein bisschen wie per Persona ist. Ähm, und es gibt, glaube ich, keine definitive Lösung, man kann also auch falsche Leute beschuldigen, und das finde ich halt super interessant und bin schon sehr gespannt darauf, ähm, dass ich es dann demnächst mal spielen werde. Ja, dann kommen wir zu einem retrolastigen Spiel, und zwar Shadow of the Ninja Reborn, und das habe ich dann auch über PlayAsia bestellt, obwohl das Spiel ja hier in Europa veröffentlicht wurde. Allerdings gab es damals eine Möglichkeit, drei, vierhundert Dollar waren es, ähm, konnte man sich dann eben Spiele bestellen. Und da habe ich mir dann auch Shadow of the Ninja mit reingelegt, weil das wollt ihr sowieso haben, und entsprechend hat die Bestellung natürlich etwas länger gedauert, da war nämlich auch Space for the Unbound mit dabei. Ja, und, ähm, so sieht das Ganze dann hier auch auf der Rückseite aus, also ihr habt dann eben einen Ninja, beziehungsweise eine Kunoichi, mit der ihr kämpfen könnt in den verschiedenen Stages, und wenn ich das richtig verstanden habe, sollten in der physischen Version sowohl die NES-Version als auch die HD-Version enthalten sein. Das finde ich mega cool, wenn das tatsächlich auch so ist. Ich fand ja auch schon, äh, Pocky and Rocky Reshrines super, Ninja Saviors habe ich nur digital, aber fand ich auch ziemlich geil. Ähm, also daher bin ich auch sehr überzeugt davon, dass mir dieses Spiel hier wieder sehr gut, ähm, gefallen könnte. Aber ich muss mal sagen, es ist schon ein bisschen irre, dass ich dieses Spiel dann aus Asien importiert habe, die es ja aus Europa importiert haben, ja, kann man natürlich halten, äh, davon halten, was man will. Wir haben allerdings noch weitere Switch-Spiele, die ich euch vorstellen möchte, und zwar Final Fantasy 1-6 Collection in der Anniversary Edition. Das Spiel gab es ja erst einmal in einer limitierten Auflage im Square Enix Shop zu bestellen, war da auch Binnen von, lass mich nicht lügen, 5 Minuten ausverkauft, weil sie irgendwie nur eine super geringe Stückzahl davon produziert haben. Was so lächerlich war, ähm, habe ich damals nicht bekommen. Klar, ich war die ganze Zeit immer überlegen, ob ich mir vielleicht für 90 Dollar, waren es glaube ich, dann eben die Asia-Version importieren sollte, die ja auch deutsche Texte hat. Allerdings, ähm, habe ich damit immer ein bisschen gezögert, und dann wurde die Version angekündigt, und da habe ich mir gesagt, ja gut, dann kann ich es mir für 75 Euro auch direkt hier in Deutschland kaufen, ohne dass ich es importieren muss. Und wie ihr sehen könnt, sind in dieser Kollektion halt, ähm, Final Fantasy 1-6 enthalten, und zwar in der Pixel-Remaster-Version, die ja, ich glaube, 2021 bis 2022 ungefähr, müsste es gewesen sein, ähm, dann auf dem PC erschienen ist, da habe ich es auch alle durchgespielt. Ich habe die Spiele auch auf der Switch digital, jetzt habe ich sie nochmal physisch, und jetzt bin ich damit auch sehr glücklich, von diesen Spielen auch eine physische Version zu haben. Wer keine Switch hat, der kann sich das Ganze auch für die Playstation 4, müsste es sein, importieren, nicht importieren können, ähm, einfach bestellen können. So, legen wir das direkt mal hier hin, weil wir brauchen gleich den Platz noch für andere Spiele. Ein Spiel, was von Limited Run Games wieder kam, ist Koromon, und ein Spiel, das jetzt hier auf dem Cover nach nicht viel aussieht. Ich muss sagen, ich mag diesen Artstyle nicht so sehr, den wir hier sehen. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Mühe erwartet, aber sei es drum, es geht ja um das Spiel, und das sieht, wie ich finde, deutlich schicker aus. Also, ist auch so ein Pixel-Art-Stil, finde ich, ist eine Mischung aus 8-Bit und 16-Bit, ähm, und ist natürlich ein Pokémon-Abklatsch, wie ihr hier sehen könnt. Aber, wie ich finde, ist das eben ein Pokémon-Spiel, wie wir es einfach nicht mehr bekommen werden. Ich habe die neuesten Pokémon-Spiele nicht gespielt auf der Switch, bis auf Hey You Pikachu, Hey You Evoli, aber ich höre immer mal wieder, dass die Technik einfach nicht so gut laufen sollen, und ich frage mich einfach, ja, warum machen Nintendo nicht mal, beziehungsweise Game Freak, nicht mal wieder so ein Spiel im Pixel-Look? Sieht doch toll aus, macht anscheinend Spaß. Dieses Spiel hat auch ziemlich viele Fans, und ich werde es mir dann demnächst auch einmal anschauen, und bin dann schon sehr, sehr gespannt, wie mir dann diese Version gefällt. Aber, ganz ehrlich, guckt euch den Trailer an, es sieht aus wie die ersten Pokémon-Editionen. Ja, kommen wir zu einem weiteren Pixel-Spiel, beziehungsweise zu mehreren Pixel-Spielen. Hier habe ich die Double Dragon Collection in der PG-Version in der Hand, ein weiteres Spiel, was über PlayAsia dann kam, das war diese Dreier-Bestellung hier. Und dieses Spiel enthält dann auch einige Double Dragon-Versionen. Also, enthalten sind Super Double Dragon, Double Dragon Advanced, Double Dragon, Double Dragon 2, The Revenge, Double Dragon 3, The Sacred Stones und Double Dragon 4. Und was ich halt interessant finde, es gibt tatsächlich von Double Dragon 4 eine einzelne Version hier drauf, weil das halt auch so ein NES-Spiel ist, das relativ spät gekommen ist. Und da dachte ich mir, warum sollte man sich das einzeln holen, wenn man jetzt auch bei der Collection dann zugreifen kann. Das habe ich gemacht. Hier habe ich dann sicherlich einige Beat'em-Ups vor mir, die man bekämpfen, wo ich mich durchkämpfen kann. Ich glaube, von Double Dragon habe ich nur die Game Boy-Version vom ersten und zweiten Teil gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. In der Virtual Console auf dem 3DS damals, haben mir irgendwie ganz gut gefallen. Und ja, hier dürften dann vermutlich nur die NES-Versionen drin sein, aber finde ich natürlich auch cool, wenn die Game Boy-Versionen mit dabei wären. Aber ich glaube, das ist hier nicht der Fall. Ja, dann kommen wir zu weiteren Spielen, die natürlich interessant sein können für euch. Und erst gestern bei mir eingetroffen, Legend of Mana habe ich mir über NetGames bestellt. Habe das Spiel zwar schon digital für die Switch, aber dachte, ich brauche es unbedingt noch für das Regal. Und so sieht die Packung von hinten aus. Ihr habt hier also ein paar Screenshots. Hinten ist der Mana-Baum groß zu sehen. Also jetzt nichts Besonderes. Ist halt ein Spiel der Mana-Reihe. Und ich muss sagen, bis zur Kurzem bin ich tatsächlich davon ausgegangen, dass das hier eben der vierte Teil der Mana-Reihe ist. Ist allerdings nicht der Fall, denn Wisions of Mana ist ja der fünfte. Und Dawn of Mana für die Playstation 2 wird wohl offiziell als vierter Serienteil der Mana-Reihe bezeichnet. Und alles andere sind dann eben Abkömmlinge. Finde ich ein bisschen seltsam, da Dawn of Mana, glaube ich, auch nicht so gut bei den Fans angekommen ist. Ich habe das leider nie gespielt, da ich damals keine PS2 hatte. Ich hoffe natürlich, dass davon irgendwann auch nochmal eine Switch- oder Playstation 4-Version kommen sollte. Aber gut, so ist es nun mal. Legend of Mana ist trotzdem ein ganz nettes Spiel. Habe ich ja wie gesagt dann auch schon auf der Switch einige Zeit gespielt und werde das jetzt dann nochmal in der physischen Version sicherlich nachholen. Und das letzte Switch-Spiel für heute, ebenfalls über NetGames gekommen, ist Chocobos Mystery Dungeon Everybody. Habe dieses Spiel natürlich auch schon in digitaler Form auf der Switch gehabt. Aber ich bin ja momentan dabei, meine ganze Sammlung, soweit es geht, physikalisch nutzbar zu machen. Und finde es natürlich immer ganz schön, wenn man die Spiele dann auch im Regal stehen hat. Kann manchmal ein bisschen teurer werden. Aber hier haben wir dann eben eine Mischung aus Final Fantasy und Mystery Dungeon. Ich glaube, der erste Teil der Reihe war ja Tonekos Mystery Dungeon, Tonekos Fushigeno Dungeon für das Super Famicom gewesen. Entstand ja aus einem Charakter aus Dragon Quest 4. Und dann hat sich Quenix wohl irgendwann gedacht, das funktioniert auch mit Chocobos Dungeon. Es gab auf jeden Fall diese Wii-Version. Das müsste die Umsetzung der Wii-Version auf der Switch sein. Und wenn ich mich nicht täusche, gibt es auch noch ein DS-Spiel und vielleicht sogar noch ein Playstation-Spiel. Aber da lehne ich mich jetzt etwas zu weit aus dem Fenster. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, fertig sind wir jetzt allerdings noch nicht. Ich habe noch ein paar Playstation-Spiele, die ich mir gekauft habe. Und zu ein paar davon gab es auch schon Unboxing-Videos. Wie zum Beispiel zu Castlevania Requiem, Symphony of the Night and Ronde of Blood. Habe mir dieses Spiel dann auch noch über Limited Run Games in einem Ausverkauf bestellt. Bin froh, dass ich das auch noch in physischer Version bekommen habe. Denn jetzt habe ich fast alle physischen Versionen für PS4 und Switch, die es von den verschiedenen Castlevania-Spielen gibt. Mir fehlt halt noch irgendwie die Advanced Collection, aber an die komme ich sicherlich auch noch irgendwie ran. Und hierzu muss ich sagen, finde ich, haben wir sowohl das beste Metroidvania-artige Castlevania-Spiel, wie man es ja mittlerweile sagt, und wie ich finde, auch das beste 2D-klassische Castlevania-Spiel, also Run of Blood und Symphony of the Night. Und ja, beide Spiele liebe ich abgöttisch. Symphony of the Night habe ich schon vor einigen Jahren auf der Playstation 4 durchgespielt. Finde ich großartig. Und wenn euch das gefällt, guckt euch auch bitte Bloodstained. Ich glaube, Ritual of the Night ist dieses modernes Spiel. Auch supergut. Habe ich auch platiniert, fantastisch. Ja, und Rondo of Blood muss ich dann ebenfalls demnächst nochmal spielen. Ja, mache ich vielleicht ein Halloween. Mal gucken, was da auf mich zukommt. Ja, als weiteres Spiel habe ich dann auch noch hier Shinshan, Me and the Professor on Summer Vacation, The Endless Seven Day Journey. Das ganze Spiel hat auch einen sehr langen deutschen Titel. Allerdings gibt es davon hierzulande keine physische Version. Und jetzt bin ich auch froh, obwohl ich das Spiel schon auf der Switch in der japanischen Version hatte, dass ich es mir jetzt auch nochmal für die Playstation 4 geholt habe. Und das ist eine Version, die dann auch deutsche Texte beinhaltet. Ja, das Ganze ist eben ein Crossover zwischen eben der Anime-Serie Shinshan und dann der Videospielreihe Boku no Natsu Yasumi. Ist ein fantastisches Spiel, wie ich finde. Hat mir unglaublich gut gefallen. Ist ein richtig tolles Cozy Game, weil man macht im Grunde nichts weiter, als der Geschichte zu folgen, Insekten zu fangen, Fische zu angeln und einfach mit den Leuten abzuhängen und diese wunderschöne sommerliche Kulisse in diesem wunderbaren Anime-Style zu genießen. Also kann ich, wie gesagt, nur, nur empfehlen. Und ja, guckt einfach mal, dass ihr dieses Spiel im besten Falle noch für sich bekommt. Wir bleiben bei Anime-lastigen Spielen. Ich habe mir jetzt auch nach einigen Monaten Warte- und Gedenkzeit mir dann doch einmal Sandland gekauft. Dürfte so ziemlich das letzte Spiel sein, an dem Toriyama Akira, der Schöpfer von Dragon Ball und Charakterzeichner von Dragon Quest und auch Schöpfer von Sandland, dann in gewisser Weise noch mitgearbeitet hat. Wenn, wie ihr wisst, ich glaube am 1. März 2024 ist dieser Mann leider verstorben. Das hat mir wirklich sehr wehgetan, denn Akira Toriyama, Toriyama Akira sollte man ja sagen, bei Japaner wird immer der Nachname zuerst genannt, ist meiner Meinung nach der beste Manga-Zeichner überhaupt gewesen. Durch ihn bin ich überhaupt auf Anime und Manga aufmerksam geworden. Sehr, sehr schade. Und ich dachte mir, komm, du brauchst eigentlich noch Sandland in deiner Sammlung, denn was du von dem Spiel gesehen hast, sieht auch wirklich wunderbar aus. ist halt dieser typische Stil, den man von Dragon Ball und so weiter halt auch kennt. Dieser markante Zeichenstil. Großartig. Das Ganze wird halt so ein Action-Adventure, vielleicht sogar Rollenspiel-Elemente mit drin sein. Aber so viel erst einmal dazu. Ja, ebenfalls gekauft habe ich mir jetzt da Halloween-Janat. Alone in the Dark für die PlayStation 5 ist dann, ja, ich würde sagen, ein Reboot, nicht unbedingt ein Remake des ersten Alone in the Darks. Habe ich, wie gesagt, jetzt natürlich auch noch nicht gespielt. Das ganze Ding ist hier noch verschweißt. Aber ich bin halt dabei, momentan so ein paar Halloween-lastige Spiele mehr zu besorgen. Also Survival-Horror-Spiele, genauer gesagt. Und dieses Spiel, allein wegen auch der Teilnahme an David Harbour, dass er einem Charakter sein Gesicht geliehen hat, also für den Edward Carnaby, finde ich super. Jodie Comber sagt mir jetzt tatsächlich gerade nichts. Habe ich vielleicht auch schon mal irgendwie in Film und Fernsehen gesehen. Aber David Harbour kennt man ja vor allem aus der Serie Stranger Things, wo er eigentlich auch meine Lieblingsrolle auch spielt. Ja, ist dann, wie gesagt, ein Survival-Horror-Spiel. Hat, glaube ich, so durchschnittliche Bewertungen bekommen. Allerdings hat mich das jetzt nicht davon abgehalten. Ich habe, glaube ich, 25 Euro dafür bezahlt. War dann dafür, denke ich mal, ganz okay. Ja, das legen wir jetzt auch mal einfach hier oben hin. Und jetzt kommt dann auch schon die nächste Reihe an Spielen. Und jetzt gehen wir erst einmal auf, jetzt fliegt mir hier schon alles runter, auf den Rollenspielbereich ein. Und hier haben wir Wisions of Mana. Dazu gibt es dann auch ein einzelnes Unboxing-Video, weil hier habe ich mir ja diese limitierte Collectors Edition aus dem Square Enix Shop bestellt. Ist, wie ich finde, ein wirklich, wirklich tolles Rollenspiel geworden, das zwar sehr, sehr langsam in die Gänge kommt und am Anfang auch etwas billig wirkt, wenn man mal den Prolog anguckt. Also, da weiß ich auch nicht, was Square Enix sich dabei gedacht hat. Allerdings finde ich es super, dass die Reihe nicht mehr wieder fortgesetzt worden ist und zwar auch recht klassisch fortgesetzt worden ist, auch wenn es am Anfang etwas dauert, bis man mal in den ersten Dungeon kommt. Ich glaube, ich habe so 15 Stunden gebraucht und dann war der Dungeon auch nach einer Viertelstunde schon wieder vorbei, aber es kommen später dann deutlich größere, was ich auch ganz gut finde. Aber ich finde, die Geschichte ist wunderbar, die Kämpfe rocken, ich finde die unterschiedlichen Klassen super, die Charaktere gefallen mir. Also, wenn ihr die Mana-Reihe mögt, kommt ihr eigentlich um Visions of Mana nicht herum. Ja, und ein Spiel, was ich jetzt leider noch nicht gespielt habe, aber momentan Bestwertungen bekommt und jetzt schon als eines der besten japanischen Rollenspiele überhaupt gehandelt wird, ist Metafer Re Fantasio für die PlayStation 5-4-Bilde. Das ganze Spiel gibt es auch für den PC und ich glaube auch für die Xbox Series. Allerdings, wie gesagt, ich habe keine Xbox mehr. Also, nach der Xbox 360 habe ich Microsoft diesbezüglich einfach kein Vertrauen mehr geschenkt und ich fahre mit PlayStation eigentlich ganz gut und die wenigen Microsoft-Spiele hole ich mir dann halt für den PC. Ja, jedenfalls ist es dann halt so ein Schnitt mit Persona und ja, Fantasy-Einschlag. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Guckt euch dazu unbedingt Rezensionen an. Hat einen absolut geilen Art-Style, der mich so ein bisschen an, ja, Attack on Titan und auch ein bisschen an Majora's Mask erinnert. Aber auf jeden Fall ein tolles Spiel. Von dem, was ich gesehen habe, habe ich allerdings keine Zeit für, weil ich kann nicht momentan einfach so 100 Stunden nehmen, um Zeit darin zu versenken. Ja, kommen wir zu einem weiteren Rollenspiel, was diese Woche bei mir eingetrudelt ist, und zwar Romancing Saga 2, Revenge of the Seven. Habt das Spiel glücklicherweise auch vorher schon auf der Switch und dem PC spielen können und ich kann nur sagen, Finger weg von der Switch-Version, die ist technisch nicht auf die Konsole optimiert, wie ich finde. Da hätte man wesentlich mehr rausholen können. Auf der Playstation und dem PC läuft das Spiel deutlich besser. Ist ein Remake des zweiten Saga-Teils. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, habe ich vor einigen Monaten auch, ja, Romancing Saga, also des zweiten Romancing Saga-Teils, muss man sagen, habe ich mir Romancing Saga 2 in dem HD-Remaster von 2017, 2018 so rum, auch für die Switch gekauft. Jetzt hier nochmal das Remake, was da dann auch, wie ihr sehen könnt, in 3D vorliegt. Hat auch, wie ich finde, einen sehr, sehr schönen Art-Style. Ist jetzt natürlich nicht so auf Hochglanz poliert wie Dragon Quest oder Final Fantasy. Geht eher so ein bisschen Visions of Mana, aber was abgeschwächter, würde ich nur sagen, weil Visions of Mana hat schon wirklich geile 3D-Grafik. Ja, aber es geht halt darum, dass man über etliche Generationen hinweg, ich glaube, es sind 400 Jahre lang, ein Kaiserreich führen muss, um eben sieben gefallene Helden, die man hier oben sehen kann, zu besiegen. Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel, das mir auch schon auf der Switch gut gefallen hat und jetzt im Remake sicherlich auch wieder in meiner Konsole rotieren wird. Ja, kommen wir zu einem letzten Spiel für heute. Und zwar Alan Wake 2 in der Deluxe Edition. Habe ich mir dann direkt, als es möglich war, vorbestellt. Denn Alan Wake fand ich auf der Xbox 360 damals schon ziemlich geil, vielleicht nicht perfekt, aber mir hat die Geschichte gefallen. Fand es am Ende schade, dass es dann auch nach den DLCs und, ich glaube, American Nightmare, das habe ich aber nicht gespielt, sehr offen blieb. und entsprechend freue ich mich jetzt drüber, dass es dann eben doch nochmal eine Fortsetzung gab und wir mehr über Alan Wake erfahren können, was mit ihm passiert ist und was, ich glaube, Brightfall zieht sich statt, was danach alles so gekommen ist. Was ich super finde an der Deluxe Edition, dass es hier oben auch das erste Alan Wake enthält. Zwar nur als Download-Code, finde ich ein bisschen schade. Ich hätte mich hier sehr über eine zweite Disc mit dem Spiel gefreut, weil es gibt ja auch eine Version für, ich bin nicht sicher, ob es eine Playstation 5 Version gibt, aber es gibt definitiv eine Playstation 4 Version davon und hätte man eigentlich nur eine zweite Disc beilegen können, hätte ich besser gefunden, aber gut, sei es drum. Allerdings sollten die ganzen Erweiterungen hier, also sprich die Night Springs Erweiterung, die House and Sea Erweiterung und die Deluxe Edition Cosmetics, die sollten, soweit ich weiß, alle mit auf der Disc sein, was ich halt ziemlich geil finde. Ja, so sieht das Spiel dann nochmal von der Rückseite halt aus. Hauptfigur ist jetzt Saga Anderson, weniger Alan Wake, aber der wird natürlich immer noch eine sehr wichtige Rolle in dem Spiel spielen. Ja, das soll es dann eigentlich an dieser Stelle auch wieder von mir gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das gefallen, was ich hier präsentiert habe. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches dieser Spiele euch in den letzten Monaten am meisten angesprochen habt. Habt ihr jetzt vielleicht eine Idee bekommen, welches Spiel ihr vielleicht nachholen sollt? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert mich doch bitte, dann bekommt ihr auch mit, wenn ich das nächste Mal meine Spieleinkäufe präsentiere, was vermutlich im Dezember soweit sein wird, wenn genügend zusammengekommen ist. Ansonsten erst im neuen Jahr. Aber trotzdem, da wird sicherlich wieder das ein oder andere Kleinod mit dabei sein. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir ein Däumchen da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!